Wir haben ein bisschen ein Friedenslied dabei, also auch einen Charity-Song sozusagen, den haben wir geschrieben. Wir haben gedacht, ja, so ein bisschen was Romantisches vielleicht für heute. Ja, es ist ein Friedenslied, ein Charity-Song, aber wir haben ihn auch zu Weihnachten, also man muss sich jetzt die Schlittenglocken halt einfach vorstellen, wir haben ihn auch zu Weihnachten geschrieben, er passt aber auch an anderen Feiertagen total gut. Ja, wir haben den auch schon ganz fett gebracht an Ostern zum Beispiel. Oder Erntedankfest, ist der auch super. Mega, mega, ja, Pfingsten, aber wir wünschen euch jetzt mit dem Lied auch alle einen frohen Leichmann, ist ja im Süden jetzt auch Feiertag. Ohne Leichmann, Leichner, ja, egal. Ja, es ist also so ein bisschen, wir haben da so eine Band-Aid-Nummer draus gemacht mit vielen Comedians und Ariane ist jetzt sozusagen der Leine Richie der Truppe und ich bin Michael Jackson und wenn ihr die Feuerzeuge rausholen wollt, tut euch keinen Zwang an, ansonsten krapscht euch einfach einen Nachbarn oder mit dem ihr gerade vorm Radio sitzt und kuschelt ein bisschen, es wird jetzt richtig schön romantisch. Adolf Hitler, Franco Stalin, Fidel Castro, Kim Il-Sohn, Mussolini, Assad, Lenin, Saddam Hussein und Mao Zedong. Ja, sie haben sich nicht benommen, doch bei diesen bösen Herren wäre es nicht so weit gekommen, wenn sie mal gekommen wären. Viele Führer und Tyrannen sind vor lauter Wut ganz blind, doch so sind fast alle Menschen, wenn sie unter Vögeln sind. Da hilft nur Ficken, 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 Ficken für den Frieden. Hab ein bisschen Mut und alles wird gut. Terroristen verbreiten Schrecken, stecken alles, was sie stört, in Brand. Oh yeah. Statt einfach mal einen wegzustecken, Ficken für das Vaterland. Nazis wären im Grunde friedlich, hätten sie Geschlechtsverkehr. Doch sie finden wohl ihr Glied nicht, mit zwei Glatzen hat man's schwer. Viele Kriege, die wir hatten, gab es nur aus einem Grund. Sie fanden keinen zum Begatten, da hilft dann auch kein Schäferhund. Sondern Ficken, 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 Ficken für den Frieden. Hab ein bisschen Mut und alles wird gut. Denn wenn wir Ficken, Ficken, Ficken für den Frieden. Steht keiner unter Strom, drum fickt um euer Leben, aber immer mit Kondom. Doch halt, als hab ich noch nicht bedacht, was man noch klären müsste. Wer opfert sich und geht mit Wladimir Putin in die Kiste? Und es sind ja auch noch andere da, Petri, Hofer und Erdogan. Irgendjemand muss es tun, auch mit dem dicken Kim Jongen. Ja, jeder von euch kann was tun. Du, du und auch du. Du kannst es einem besorgten Bürger besorgen. Oder dem Wutbürger, den Willi gut würgen. Du kannst auch zärtlich einen Faschisten fisten. Ficken, 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 Ficken für den Frieden. Hab ein bisschen Mut und alles wird gut. Denn wenn wir Ficken, Ficken für den Frieden. Steht keiner unter Strom, drum fickt um euer Leben, aber immer mit Kondom. Und jetzt alle mit singen! Ficken, 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 Ficken für den Frieden. Ficken, 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 Ficken für den Frieden. Ficken, 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 Ficken für den Frieden. Ficken, 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 Ficken für den Frieden. Aber immer mit Kondom. Danke schön! Geht nach Hause oder nachher und tut was für den Frieden. Sock für Ketia, Manuamo-Chan!